In einem Interview plaudert Günther Jauch mit einem Fan auf YouTube. Dabei verrät der Wer-Wert-Millionär-Moderator auch Geheimnisse über seine Sendung. Es gibt Codes, die sollte man kennen. Wenn ihnen beispielsweise nach einem launigen Abend bei Freunden ein Espresso angeboten wird, dann könnte es sein, dass ihre Gastgeber freundlich darauf hinweisen wollen, dass sie jetzt besser gehen. Es gibt aber auch Codes, bei denen einem erst erklärt werden müsste, was gemeint ist. Sollten sie beispielsweise mal in die Verlegenheit kommen, Kandidat in der RTL-Sendung Wer-Wert-Millionär zu sein und Moderator Günther Jauch konfrontiert sie aus heiterem Himmel mit dem Wort Schnabulix, dann ist das keine Anspielung auf einen Asterix-Comic, sondern sein Unmut darüber, dass sie zu viel sprechen. Das erzählte der Potsdamer am Wochenende einem Fan auf YouTube, in dessen Video-Format Autist befragt Prominente. Gleich zu Beginn spricht er Jauch auf das Wort an, der sichtlich belustig die Eingangsfrage lobt. Es folgt eine ausführliche Erklärung. Ich habe ja viele Kinder und wenn die Zutische alle durcheinander geredet haben und die Erwachsenen gar nicht mehr zu Wort kamen, dann habe ich Schnabulix als freundliche Umschreibung für Haltet jetzt bitte mal den Schnabel genutzt, erzählt der 67-Jährige. Generell sei es ihm wichtig, für jeden verständlich zu moderieren, erzählt Jauch im weiteren Verlauf des Interviews. Verständlichkeit heißt dabei aber nicht, in eine Kinder- oder Babysprache zu verfallen, sondern seine Gedanken vorher zu ordnen. Das sei ihm besonders bei politischen Themen ein Anliegen, weil da die meisten Menschen sowieso schon mit einer negativen Einstellung herangingen. Das Interview wurde via Handy geführt. Jauch ist aus Rheinland-Pfalz, von seinem Weingut von Ote Griven, zugeschaltet. Dieses ist seit mehreren Wochen von Hochwasser betroffen, die schlimmsten Schäden konnten bisher aber abgewendet werden. Merde